In Syrien herrscht seit 5 Jahren Bürgerkrieg. Etwa eine halbe Million Menschen sind gestorben, 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Und was hat die UN getan? Die Vereinten Nationen? Immer wieder hat der UN-Sicherheitsrat getagt, das wichtigste Organ der EU, weil er über die Belange von Sicherheit und Frieden entscheidet. Viele Resolutionen, die Menschenrechtsverletzungen und Kriegshandlungen anprangern und Gegenmaßlahmen vorschlagen, wurden durch die Vetomächte Russland und China jedoch gestoppt. Auch die USA tat sich nicht sonderlich positiv hervor. Obama nannte den Einsatz von Giftgas als rote Linie, die wurde dann überschritten und doch passierte nichts. Während nun also Aleppo totgebombt wird, fragen sich Syrer und viele Menschen weltweit, warum die UN tatenlos zuschauen. Für viele haben die Vereinten Nationen komplett versagt. Ich will in diesem Video zeigen, dass es so einfach nicht ist. Dass viele Zeile der Vereinten Nationen stets an einer Lösung des Konfliktes interessiert waren und sind, eine Lösung letztlich aber an den Interessen einzelner Staaten gescheitert ist. Was also haben die Vereinten Nationen seit Krisenausbruch im März 2011 unternommen? Los geht es mit Navy Pillay. Sie ist UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Damit ist sie die Vize-Generalsekretärin der UN und hat also ein ziemlich hohes Mandat. Und sie ist für die Einhaltung der Menschenrechte weltweit zuständig. Schon im März 2011, als es die ersten Vorwürfe gab, dass mit Gewalt gegen Protestierende vorgegangen wird, leitete Pillay eine Untersuchung ein. Denn konkret wurde der Tod von sechs Demonstranten in Dara untersucht. Von Anfang an hat Pillay immer wieder alle Beteiligten aufgefordert, die Gewalt zu stoppen. Dem Engagement von Pillay ist es zu verdanken, dass von Anfang an sich auch der UN-Menschenrechtsrat mit der Situation beschäftigt hat. Das ist wie eine kleine Generalversammlung nur zum Thema Menschenrechte. Da wurde schon im April 2011 die erste Resolution verabschiedet, bis heute mehr als zehn Stück, denn dort reicht anders als im UN-Sicherheitsrat eine einfache Mehrheit aus, um Beschlüsse zu verabschieden. Meistens haben westliche Länder zusammen mit der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga die Gewalt von Assad kritisiert und zu Konsequenzen aufgefordert. Und der Menschenrechtsrat hat auch schon im April bei der ersten Resolution gleich eine Kommission eingesetzt. Diese erste Kommission war eine sogenannte Fact-Finding-Mission. Sie sollte vor Ort Verbrechen dokumentieren und dadurch im Nachhinein eine Verfolgung der Verbrecher vor dem Internationalen Strafgerichtshof ermöglichen. Die Fact-Finding-Mission hatte aber von Anfang an eigentlich keinen wirklichen Zugang zum Problemgebiet und musste vor allen Dingen mit Zeugenaussagen arbeiten. Dennoch wurde im August 2011 ein sehr aufschlussreicher und detaillierter Bericht vorgelegt. Die Präsentation der Ergebnisse der Fact-Finding-Commission konnte den Sicherheitsrat nicht dazu überzeugen, Maßnahmen zu beschließen. Stattdessen handelte erneut der Menschenrechtsrat. Im August 2011 wurde eine Folge-Kommission einberufen, eine Art unabhängige Untersuchungskommission. Auch sie soll Verbrechen dokumentieren und dafür sorgen, dass Schuldige später vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden können. Ende 2011 wurde ein erster Bericht dieser neuen Kommission vorgestellt und seitdem gab es immer wieder neue Berichte und Statements, die auf der UN-Homepage auch abrufbar sind. Auf Druck des Menschenrechtsrats wurde im Februar 2012 eine neue Aktion gestartet. Die UN-Vollversammlung hat da nämlich einen Sonderberichterstatter für Syrien eingesetzt, der ehemalige Generalsekretär Kofi Annan. Er war gleichzeitig auch Gesandter der Arabischen Liga. Er sollte seine Stimme erheben, auf den Konflikt aufmerksam machen, vor allen Dingen auch diplomativ vorantreiben und einen Friedensprozess organisieren. Er entwickelte einen Friedensplan, der sogar vom UN-Sicherheitsrat beschlossen wurde. Jedoch hielten sich die Konfliktparteien nicht daran. Nach seinem Scheitern im August 2012 zog er zurück. Sein Nachfolger war dann Lacta Brahimi bis 2014. Jetzt ist es Stefan de Mistura. Annans Friedensplan wurde von einer weiteren UN-Beobachtermission begleitet, die jedoch lediglich vom April bis zum August 2012 stattfand, die United Nations Supervision Mission in Syria. Sie hat unter anderem das Massaker von Hula dokumentiert, ein schreckliches Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Da wurden sogar Kinder und Zivilisten einfach aus den Häusern gezogen und hingerichtet. Diese Mission musste jedoch wegen Sicherheitsrisiken im Juni schon unterbrochen werden und wurde dann frühzeitig beendet. In einem Bericht wurde beklagt, dass man sich bereits hinter dem Point of No Return befinde. Das heißt, alle Seiten wollten nur noch den militärischen Sieg und es gab kein Zurück mehr zu einer Friedenssituation. Auch diese Mission inklusive des Friedensplans von Kofi Annan ist letztendlich also gescheitert, weswegen Annan dann eben auch einen Rückzieher machte. Weil den Vereinten Nationen oft vorgeworfen wird, dass sie ein Projekt des Westens wären, sind besonders regionale Organisationen enorm bedeutend. Vor Ort ist das natürlich die Arabische Liga. Im August 2011 gab sie eine erste Stellungnahme heraus und kritisierte offen die Gewaltanwendung seitens Assad. Im November 2011 wurde ein Friedensplan beschlossen, der von Assad sogar angenommen wurde, dann jedoch nicht von ihm weiter respektiert wurde. Am 12. November wurde deswegen Syrien aus der Arabischen Liga ausgeschlossen. Es gab Wirtschaftssanktionen und es wurde auch eine Beobachtermission der Arabischen Liga eingesetzt, die jedoch auch wieder eingestellt werden musste, weil sie von Syrien letztendlich nur vorgeführt wurde. Eine weitere ganz relevante Person ist natürlich der UN-Generalsekretär, noch Bang Ki-moon. Auch er war natürlich nicht untätig. Schon im März 2011, also ähnlich wie auch die Menschenrechtskommissarin Pillay, hat er einen Gewaltverzicht gefordert und telefonierte regelmäßig mit Assad. Seine Büros haben bereits zahlreiche Pläne erarbeitet, für Evakuierungen, Entwaffnungen, Friedenseinsätze und natürlich auch zivile Wiederaufbaumaßnahmen. Vermutlich könnten bei entsprechenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrats schnell Handlungen ausgeführt werden, weil die eben gut vorbereitet sind. Bang Ki-moon stieß immer wieder Friedensverhandlungen an, gemeinsam mit dem UN-Sonderbeauftragten für Syrien, versuchte Waffenstillstände auszuhandeln, wobei auch das leider nicht von Erfolg gekrönt war. Kommen wir nun zur UN-Generalversammlung. Auch diese hat bereits frühzeitig, zum Beispiel im Februar 2012, zahlreiche Resolutionen verabschiedet, wo ganz klar gesagt wurde, Assad sollte seinen Posten räumen. Auch in der UN-Generalversammlung reicht eine einfache Mehrheit der Stimmen, anders als im UN-Sicherheitsrat. Im Februar 2012 wurde beispielsweise eine Resolution beschlossen, die fast denselben Wortlaut hatte wie eine Resolution, die kurz zuvor im Sicherheitsrat gescheitert war. Im August 2012 stellte die Generalversammlung sogar wörtlich das Scheitern des UN-Sicherheitsrates fest. Und deswegen wird nun wieder Folgendes diskutiert, nämlich ob ein Uniting-for-Peace-Prozess in Gang gesetzt werden kann. Das würde konkret beheißen, nach einer Sitzung eines gescheiterten UN-Sicherheitsrats kann eine Sondersitzung der UN-Generalversammlung eingesetzt werden. Und dann zieht diese Generalversammlung die Verantwortung für Sicherheit und Frieden an sich. Das heißt, sie könnte theoretisch Maßnahmen beschließen, wie eine Flugverbotszone oder andere militärische Eingriffe, was sonst eigentlich dem UN-Sicherheitsrat vorbehalten ist. In der Generalversammlung könnte dann Russland und China kein Veto einlegen, sondern die Mehrheit würde entscheiden. Bei Völkerrechtlern ist das aber hoch umstritten, ob eine Generalversammlung wirklich eigenständig Entscheidungen treffen kann oder nur den Sicherheitsrat direkt auffordern kann, dies zu tun. Denn auch diese Situation könnte bald eintreten, denn die Spaltung zwischen Sicherheitsrat und restlichen UN-Organ ist eklatant. Von daher bleibt zum Schluss zu sagen, viele UN-Akteure haben in der derzeitigen Krise ihre Möglichkeiten voll ausgeschöpft, aber am Ende sind sie immer wieder am UN-Sicherheitsrat gescheitert, weil dort keine Konsequenzen beschlossen wurden. Natürlich strahlt das Scheitern des Sicherheitsrats auf die gesamte UN aus und stellt den Sinn dieser Weltgemeinschaft in Frage. Doch es sind nicht die Vereinten Nationen, die am Tod hunderttausender Menschen schuld sind. Schuld haben skrupellose Regime, die ihre Machtposition ausnutzen und durch Veto-Position Lösungsversuche blockieren. Es sind gerade die einzelnen Organe der UN, die durch ihre Aufrichtigkeit, durch akribische Dokumentation von Menschheitsverbrechen und durch das ständige Bemühen um Diplomatie die kleine Flamme der Hoffnung am Glühen halten. Und es sind wenige Staaten, die diese Flamme mit den Füßen treten.